RETROFELD Retrofit Blue, das Modernisierungskonzept von Ziel ABEC, steht mit einem gigantischen Portfolio an Luft- und Regeltechnik für zukunftsorientierte Modernisierungsprojekte bereit. Egal ob Kälte, Klima oder Gebäudetechnik. Hier ZR-Cube, das innovative Ventilatorensystem bei einem Modernisierungsprojekt in Ingolstadt. Zukunft spüren und Lüftungsanlagen energieeffizient optimieren. Mit Ziel ABEC und dem Modernisierungsspecial Retrofit Blue kein Problem. So entsteht hier beim Modernisierungsprojekt in Ingolstadt gemeinsam mit unserem Kunden RGS in kürzester Zeit eine der modernsten energiesparenden Lüftungsanlagen mit den Anforderungen Alte Technik raus, neue energiesparende und lärmreduzierte Technik rein. Alles am besten ohne Umbaumaßnahmen. Mit wenigen Handgriffen steht mit ZR-Cube eine hocheffiziente Ventilatorenformation in vielseitiger Form und Größe. Das intelligente Ventilatorensystem von Ziel ABEC bietet gravierende Vorteile im Einsatz bei Modernisierungsmaßnahmen. Das zu einer Wandformation zusammenfügbare Ventilatorensystem passt sich flexibel ohne jeglichen Leistungsverlust an bauliche Gegebenheiten an. Der High Efficiency Wunderwürfel ist selbsttragend und bis zu fünf Ebenen nach oben als auch zur Seite stapelbar und problemlos zu montieren. Die beeindruckenden energiesparenden Lüftleistungswerte machen ZR-Cube zu einem Ventilator der Extraklasse. Auch im Bereich der Hygiene zeichnet sich ZR-Cube durch glatte Oberflächen und keine scharfen Kanten aus und entspricht optimal den Hygienerichtlinien für RLT-Geräte. Die Schutzabdeckung Premium Optimizer bringt einzigartige Vorteile. So verschafft das Klicksystem schnellen Zugang für Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen und macht ZR-Cube auch für Medizin- und Reinraumproduktion einsetzbar. Zurück zu unserem Projekt in Ingolstadt. Alles ist bestens vorbereitet. Der Ventilatorenwürfel lässt sich komfortabel zum Aufstellort transportieren. Mit wenigen Handgriffen und in kürzester Zeit ist ZR-Cube zu einem fantastischen Luftvorhang aufgebaut. Die Montage ist durch einfache Verbindungsvorrichtungen an den Modulen mit Normschrauben problemlos möglich. Die quadratische Bauform, angepasst an die Abmessungen von Normfiltern, lässt Planerherzen höher schlagen. Hier, wo noch vor kurzem lärmende, große, riemengetriebene Ventilatoren ihren energiefressenden Dienst geleistet haben, sorgt heute ZR-Cube für hocheffiziente und flüsterleise Luftbewegung. Im Inneren des ZR-Cube sorgt das strömungstechnische Wunderwerk C-Pro Z-Amid, ein Ventilator mit sieben rückwärts gekrümmten und profilierten Schaufeln aus dem Hochleistungsverbundwerkstoff Z-Amid und der Premium Efficiency Motor EC Blue für höchste Effizienz. Das ermöglicht Volumenströme bis ca. 17.500 m³ freiblasend pro Stunde und eine maximale statische Druckerhöhung bis 2100 Pa. Die einfache Einbauform prädestiniert ZR-Cube für Modernisierungsmaßnahmen auf engstem Raum. In Ingolstadt wurde ZR-Cube direkt und ohne Umbauten aufgestellt. Und die Ergebnisse, ja die sind schier unschlagbar. Jetzt noch mit vorbereiteten Blechen verkleiden und dann der Kick mit dem Klick. Mit der intelligenten Schutzabdeckung, dem Premium Optimizer, ist ZR-Cube fit für alle anstehenden Aufgaben. Zum Schluss wird angeschlossen. Geregelt und gesteuert werden die Ventilatoren übrigens über ZR-Code, dem Schlüssel zu intelligenter Steuerung und Regelung produktübergreifender Ventilatoren und Motorentechnik von Ziel-Abeck. Der Kunde ist mit dem fantastischen Ergebnis in jeder Beziehung zufrieden. Es hat sich gelohnt. Mit Kosteneinsparungen von jährlich fast 11.000 Euro und mehr als 70.000 kWh weniger Energiebedarf kann sich das Ergebnis sehen lassen. Ganz zu schweigen von der Nachhaltigkeit, denn diese Anlage spart 40,1 Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr und hat sich bereits nach eineinhalb Jahren amortisiert. Die Produktwelt von Ziel-Abeck. Ziel-Abeck ist unglaublich groß. Egal ob im Retrofit-Blue-Bereich oder bei Neuprojekten. Ziel-Abeck. Die Königsklasse der Lufttechnik, Regeltechnik und Antriebstechnik.